Also Sinus x gleich 0,5 und ich möchte alle Lösungen im Bogenmaß herausfinden. Die erste Lösung liefert der Taschenrechner. Also erste Lösung, Taschenrechner und da ist es wichtig, dass der Taschenrechner auf Rad geschaltet ist. Dann ist schon mal x1 gleich Sinus hoch minus 1 von 0,5 und da kommt ein Sechstel Pi heraus. Also das ist ja ungefähr 0,52, das ist eine Zahl. Und man könnte es vielleicht auch auswendig wissen. Und jetzt gibt es aber noch weitere Lösungen und das macht man hier mit dem Einheitskreis. Schnelle Skizze vom Einheitskreis 1,1, ein Sechstel Pi. Also 0,5 ist ja hier, das ist die Hälfte von 1 und dann habe ich hier diesen Winkel. Also das ist so mein, na hier eigentlich diese Bogenlänge x1, 0,5. Der 180 Grad sind ja, machen wir es so, das ist ja Pi, 180 Grad ist Pi und dann ist das hier ein Sechstel Pi. Passt, so grob. Gut und das Interessante ist, es gibt noch eine weitere Lösung. Also das ist ein Halb, ja, dies ist ein Halb und ich habe hier nochmal drin. Das heißt, welche Farbe gibt es noch, lila, dieser Winkel liefert mir auch den Sinus 0,5. Also x2 ist gleich, jetzt gehe ich die 180 Grad, also Pi minus ein Sechstel Pi. Also, ja, so einmal Juhu rüber und dann wieder zurück. Dann bin ich dort. Und 6 Sechstel minus ein Sechstel gibt 5 Sechstel, ist 5 Sechstel Pi. Erste Lösung, zweite Lösung. Beim Gradmaß wäre es hässlich, hier so mehrfach rundum zu laufen, aber beim Bogenmaß ist es schon interessant. Da macht man das dann üblicherweise. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, ich laufe, also jetzt hatten wir lila, das war also erst einmal, zweimal. Jetzt kann ich rundum laufen und noch ein bisschen was laufen. Dann habe ich den gleichen. Das heißt hier, x3 wäre 2 Pi plus ein Sechstel Pi. Okay. x4, also einmal rundum und nochmal ein Pi dazu und wieder was weg. Also x4 wäre 3 Pi plus 5 Sechstel Pi. Oder, oder, das wäre das gleiche wie 2 Pi, 3 Pi, genau. Stopp, aufpassen. Ne, 2 Pi, so war das. 2 Pi plus 5 Sechstel Pi oder eben 3 Pi minus ein Sechstel Pi. Genau, immer so ein bisschen nachdenken. Ja, und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Und das möchte ich jetzt auch am Graphen erklären. Also, der Graph der Sinusfunktion, der schaut ja so aus. So eine Welle. Und wenn ich im Bogenmaß bin, geht es weiter. Also im Gradmaß würde ich jetzt bei 360 Grad, hier ist 2 Pi, enden. Und beim Bogenmaß geht es immer weiter. Minus Pi. Hier ist 1. Hier ist minus 1. Und passt, 1 halb. Es geht ja um folgendes, ja, zur Erinnerung. Sinus von x gleich 0,5. Und die 0,5 sind hier. Und die Frage ist jetzt, wo schneidet das? Es schneidet hier und hier und hier und hier und hier und hier. Genau. Und da war diese Stelle, ja, das war 1 Sechstel Pi. Dann ist diese Stelle logischerweise Pi minus 1 Sechstel Pi. Und dann ist diese Stelle logischerweise 2 Pi plus 1 Sechstel Pi. Und diese Stelle, 3 Pi minus 1 Sechstel Pi. Habe ich das eigentlich richtig? 2 Pi plus 1 Sechstel. Ja, ja, genau. 3 Pi minus, ja, habe ich richtig. Und dann habe ich hier noch was. Minus Pi minus 1 Sechstel Pi. Und das geht in die Richtung unendlich weiter. Stopp. Und in die Richtung unendlich weiter. Genau. Und dann, also wenn ich sage, das ist x1, das ist x2, x3 und so weiter, x4. Dann geht es und so weiter und so weiter. Und das sind sämtliche, meistens gibt es eine Grenze. Finde alle Lösungen zwischen minus, zwischen minus 2 Pi, hier minus 2 Pi und plus 2 Pi. Und dann muss man eben diese Pi's raussuchen. Aber eigentlich endet das niemals.